Ich gehe ins Bett. Denkst du es wird regnen? Spare ich nicht oft? Hier liegt ein Tippfehler vor. Ich schulde Ihnen ein großes Dankeschön. Ich schulde Ihnen ein großes Dankeschön. Du bist eine wunderschöne Seele. Er ist selten ein Trainer. Mittags sitzt man nicht. Würde er nicht gewinnen? Würde er nicht gewinnen? Dein Onkel war Rettungsschwimmer. Fußball ist mein Job. Sollte ich nicht manchmal bleiben? Sollte ich nicht manchmal bleiben? Werden Sie warnen? Werden Sie warnen? Sie haben den Sammler abgelehnt. Sie haben den Sammler abgelehnt. Sollte es nicht jede Woche abgeholt werden? Sollte es nicht jede Woche abgeholt werden? Ich kann zum Unterricht gehen. Ich kann zum Unterricht gehen. Wird er dir nicht danken? Wird er dir nicht danken? Kann man dieses Wetter glauben? Kann man dieses Wetter glauben? Sie tanzen auf der Party. Sie tanzen auf der Party. Kann ich zur Arbeitsmappe gehen? Kann ich zur Arbeitsmappe gehen? Gleichzeitig. Gleichzeitig. Sein Großvater ist Anästhesist. Sein Großvater ist Anästhesist. Ich bin krankenversichert. Ich bin krankenversichert. Hast du Clark gesehen? Hast du Clark gesehen? Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen. Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen. Was ist ihre Lieblingskunstgalerie? Was ist ihre Lieblingskunstgalerie? Wir müssen es nach Gehör spielen. Wir müssen es nach Gehör spielen. Es war ein wunderbarer Tag. Es war ein wunderbarer Tag. Sie werden in der Abenddämmerung alt. Sie werden in der Abenddämmerung alt. Sie kocht das Abendessen für uns. Sie kocht das Abendessen für uns. Gibt es eine Gebühr für WLAN? Gibt es eine Gebühr für WLAN? Bitte seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Anweisungen des Arztes. Bitte seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Anweisungen des Arztes. Geben Sie ihr Bestes. Geben Sie ihr Bestes. Die Krankenschwester wird Ihnen in kurzer Zeit Ihre Medikamente verabreichen. Die Krankenschwester wird Ihnen in kurzer Zeit Ihre Medikamente verabreichen. Er hat den Raum blau gestrichen. Er hat den Raum blau gestrichen. Sie werden in zehn Jahren kein Industrieller sein. Sie werden in zehn Jahren kein Industrieller sein. Ich hatte gerade Mittagessen. Ich hatte gerade Mittagessen. Ich kaufte ein Buch. Ich kaufte ein Buch. Ich möchte die Kombination aus Steak und Hummer. Lebe und lerne. Lebe und lerne. Raus hier. Raus hier. Bist du sofort zurückgekommen? Bist du sofort zurückgekommen? Kann ich etwas trinken gehen? Kann ich etwas trinken gehen? Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchst. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchst. War ihr Nachbar ein Seemann? War ihr Nachbar ein Seemann? Was ist das Haus Ipa? Was ist das Haus Ipa? Wir haben einen Talentwettbewerb. Wir haben einen Talentwettbewerb. Würde er unterrichten? Würde er unterrichten? Sollte nicht reisen. Sollte nicht reisen. Werden wir bei Sonnenaufgang nicht Dramatiker sein? Werden wir bei Sonnenaufgang nicht Dramatiker sein? Gern geschehen. Gern geschehen. Darf keine jährliche Analyse durchführen. Darf keine jährliche Analyse durchführen. Normalerweise wären wir keine Anführer. Normalerweise wären wir keine Anführer. Ich war so berührt von dieser Geschichte. Ich war so berührt von dieser Geschichte. Ich habe meine Kreditkarte zu Hause vergessen. Ich habe meine Kreditkarte zu Hause vergessen. Lass mich nicht im Unklaren. Lass mich nicht im Unklaren. Du machst einen Unterschied. Du machst einen Unterschied. Wie heißt er? Wie heißt er? Erfrischend. Erfrischend. Die Kain-Mathographie ist atemberaubend. Die Kain-Mathographie ist atemberaubend. Könnten sie später Gastwirte werden? Könnten sie später Gastwirte werden? Wir machten einen Spaziergang in den Bergen. Wir machten einen Spaziergang in den Bergen. Mir geht es nicht sehr gut. Mir geht es nicht sehr gut. Hatte er es nicht schon einmal genommen? Hatte er es nicht schon einmal genommen? Ich nutze das Internet jeden Tag. Ich nutze das Internet jeden Tag. Manchmal möchten sie vielleicht. Manchmal möchten sie vielleicht. Die Zeit wird es uns zeigen. Die Zeit wird es uns zeigen. Kann ich zur Schaltfläche Eigenschaften gehen? Sollte ihm nicht kalt sein? Waren meine Verwandten Babysitter? Waren meine Verwandten Babysitter? Er schaut sich zu Hause Filme an. Er schaut sich zu Hause Filme an. Wir gehen gerne in Museen. Wir gehen gerne in Museen. Wo lebt sie? Wo lebt sie? Die große Menschenmenge lachte über das späte Erscheinen des Anwalts. Wir haben den Film zweimal gesehen. Wir haben den Film zweimal gesehen. Können sie mir ein Taxi rufen? Können sie mir ein Taxi rufen? Ich werde ins Bett gehen. Ich werde ins Bett gehen. Er ging ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Er ging ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Wir gehen morgens laufen. Wir gehen morgens laufen. Wir essen oft mit Freunden zu Abend. Wir essen oft mit Freunden zu Abend. Kann ich eine Decke haben? Kann ich eine Decke haben? Konnte er nicht eintreten? Konnte er nicht eintreten? Ich mag Schokolade. Ich mag Schokolade. Sie beendeten ihre Arbeit vorzeitig. Sie beendeten ihre Arbeit vorzeitig. Dann fahren wir nicht zur See. Dann fahren wir nicht zur See. Seine Persönlichkeit ist magnetisch. Seine Persönlichkeit ist magnetisch. Wir werden es ihnen nach dem heutigen Tag zusenden. Wir werden es ihnen nach dem heutigen Tag zusenden. Der Hund jagte seinen Schwanz. Der Hund jagte seinen Schwanz. Meine Cousets sind Manager. Meine Cousets sind Manager. Ist sein Sohn ein Bauunternehmer? Ist sein Sohn ein Bauunternehmer? Der Drucker hatte kein Papier mehr. Der Drucker hatte kein Papier mehr. Du bist später beigetreten. Du bist später beigetreten. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Am Wochenende frühstücken wir. Am Wochenende frühstücken wir. Werden wir es nach drei Nächten verschicken? Werden wir es nach drei Nächten verschicken? Ihr Großvater war Kolumnist. Ihr Großvater war Kolumnist. Mein Nachbar ist Friseur. Mein Nachbar ist Friseur. Vandalismus ist eine Straftat. Vandalismus ist eine Straftat. Kann ich diese Saftprobe probieren? Kann ich diese Saftprobe probieren? Kann ich diese Saftprobe probieren?